Hallo und herzlich willkommen bei Häkeln mit Woldusa. So, und so schauen unsere super praktischen Glasabdeckungshauben aus. So schaut das Ganze hier aus. Und wie ihr seht, hier unten ist ein Knopf. Das ist ganz praktisch, weil hier haben wir hier was zum Festhalten. Und wenn ihr hier den Knopf rausmacht, könnt ihr prima einen Strohhalm durchstecken. Ich finde es total genial. Und ich zeige euch jetzt, wie wir das Ganze häkeln. Also ich habe das schon in ganz vielen verschiedenen Farben gemacht. Nun, wie gesagt, es mag ja nicht jeder mit einem Strohhalm, also aus einem Glas trinken. Und für denjenigen kann man hier, oder es gibt natürlich auch Getränke, die trinkt man nicht mit einem Strohhalm. Wie jetzt ein Glas Wein oder so. Und dann kann man hier prima einen Verschluss drauf machen mit einem kleinen Knopf. Ich habe jetzt hier eine Kugel mit so ein paar Perlen. Ich zeige euch nachher noch ein paar andere Varianten. So, und dann kann man das zumachen und ist das super praktisch. Es passt eigentlich auf jedes Glas. Wir haben es schon hier getestet. Also sogar auf kleine Plastikgläser für die Kinder. Es passt überall drauf. Weil wir es einfach so drauflegen und nachher so ein bisschen nach unten stülpen. Und dann sitzt das perfekt. So, also was ihr dazu braucht. Ich mache jetzt heute diese normale Version mit dieser normalen Kugel halt oben drauf. Ihr könnt natürlich Farben benutzen, die ihr gerne wollt. Ich mache das gerne immer ein bisschen zweifarbig, dass das Ganze ein bisschen bunt ist. Könnt ihr natürlich aber auch einfarbig machen. So, ich entscheide mich jetzt heute für das Hauptteil in Gelb. Und den Knopf mache ich später in Orange. Also hier oben dieser Verschluss, ja. Das ist 50 Gramm auf 170 Meter Baumwolle. Ich verwende eine Häkelnadel mit 2 Millimeter. Wir brauchen noch eine Schere und eine Nadel zum Vernähen. So, dann starten wir jetzt mal hier mit meinem Gelb. So, wir fangen an, lassen wir uns jetzt hier erst eine Schlaufe machen. So. Und häkeln jetzt eine Luftmaschenkette mit 10 Maschen. So, 10 Stück. Wir verbinden das Ganze zu einem Kreis, indem wir in die erste Masche hier einstechen und uns eine Kettmasche ziehen. So, jetzt haben wir hier so einen kleinen Kreis. Diesen Anfangsfaden, den könnt ihr euch ruhig so etwas so dranlegen und direkt mit umhäkeln, ja. Dann braucht ihr den später nicht zu vernähen. Es folgen jetzt 12 feste Maschen in diesen Ring. So, einfach hier so durch diesen Ring, hier durch. Und hier einfach diese 12 Maschen häkeln. So, den Anfang, den lege ich mir jetzt zurück. Ich habe den jetzt 6 Maschen lang mit eingehäkelt. Das reicht schon. So, und die 12. Jetzt holen wir uns noch ein Stück anders farbige Rolle. Gerade als runden Markierung. Ich benutze jetzt hier das Orange. Und das legen wir uns jetzt hier ein. So, ich zähle mal nochmal kurz die Maschen. Also, es geht ab hier los. Diese erste, diese Kettmasche von eben, die häkeln wir nicht mit. Die zählen wir nicht mit. Die überspringen wir direkt. Das sind nur unsere 12 festen Maschen hier, wo wir gehäkelt haben. So, dann schaue ich mal kurz. So, also, diese erste, diese Kettmasche, nicht mit häkeln, überspringen. Wir stechen ein und häkeln jetzt eine feste Masche und die nächste verdoppeln wir. Das bedeutet, wir häkeln dann zwei feste Maschen in eine Masche hier hinein. Ja, also wieder eine feste Masche und die nächste wird verdoppelt. So, und das macht ihr so weiter bis hier hinten zum runden Ende. Wenn ihr diese Runde dann geschafft habt, klappen wir uns jetzt hier diesen Markierungsfaden einfach so nach vorne. Den klappen wir uns jetzt nach jeder Runde immer so hin und her. So, ich sage euch direkt, wie die nächsten Runden weitergehen. So, also, wir hatten ja jetzt in dieser Runde eine feste Masche und eine Verdoppelung. Immer wiederholend, ja, also das machen wir bei jeder Runde, wiederholen wir immer diese Verdoppelungen. Wir haben immer sechs Verdoppelungen pro Runde. Also, das bleibt immer gleich. Es geht jetzt nur so weiter. Wir hatten jetzt hier eine feste und eine Verdoppelung. Also, jetzt in dieser Runde, wo jetzt kommt, häkeln wir dann zwei feste Maschen, eine Verdoppelung. Immer wiederholend, ne? So, und das geht immer so weiter, Schritt für Schritt. Bis wir, also dann, klar, nach zwei kommt dann drei feste Maschen, eine doppelt, vier eine doppelt, fünf eine doppelt, sechs eine doppelt. Und so weiter halt, bis wir hier oben, also hier die letzte Runde, auf elf festen Maschen und einer Verdoppelung angekommen sind, ja? Ich mache diese Schritte jetzt mal weiter hoch. Also, bis wir bei elf festen Maschen und einer Verdoppelung diese Runde häkeln wir. Und ich mache das jetzt mal weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wenn ihr das dann geschafft habt, also ich habe jetzt hier ja weitergemacht. Ich bin jetzt hier angekommen, bis elf festen Maschen und einer Verdoppelung, ja? Immer war das wiederholend. So, es geht jetzt weiter, indem wir jetzt drei Luftmaschen häkeln. Zwei, drei Luftmaschen. Wir überspringen jetzt hier unten an unserem Häkelstück eine feste Masche und setzen in die nächste Masche hier eine feste Masche hinein. So, so schaut das Ganze dann schon aus. Und das machen wir jetzt einmal komplett rundherum. So, ich habe jetzt mal hier diese ganzen Luftmaschenbögen hier gehäkelt. Und wenn ihr dann hier hinten an dem letzten angekommen seid, macht ihr keine feste Masche, sondern einfach, also einfach eine Kettmasche. So, okay. Jetzt häkeln wir hier diese, ja, diese Bordüre noch dran. Und das Ganze fangen wir jetzt an mit fünf Luftmaschen. So, also ihr häkelt fünf Luftmaschen hoch. Dann haltet ihr euch am besten hier diese letzte, fünfte Masche einfach so mit dem Fingernagel fest. Und es folgen noch zwei weitere Luftmaschen, ja. So, dann folgt jetzt eine Büschelmasche. So, also hierfür gehen wir einmal so mit der Nadel rum, wie für ein Stäbchen. Und stechen hier in diese fünfte Masche von unserer Luftmaschenkette ein. Ziehen uns den Faden. Und maschen den aber nur einmal ab. So, dass der letzte Faden hier noch auf der Schlaufe bleibt. So, es folgt die zweite und noch eine. Also, wir machen das insgesamt dreimal, ja. So, dass das so aussieht. Hier diese zwei Luftmaschen, das dient als Steigerstäbchen halt. Wenn ihr dann hier diese vier Maschen drauf habt, maschen wir die einmal so zusammen ab. So schaut das jetzt aus. Es folgen jetzt noch drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. So, und jetzt häkeln wir das Gleiche wieder und verbinden das hier. Kann man das sehen? So, also hier in diese erste Luftmasche hier oben, ja. Also umwickeln, durchstechen. So, das erste Mal. Das zweite Mal. Und das dritte Mal. Wir maschen das Ganze wieder zusammen ab. Und machen uns wieder eine Luftmasche. So. Jetzt habt ihr das so. Wir klappen das jetzt einfach so zusammen. Ja, einfach so zusammenklappen und verbinden das Ganze mit einer Kettmasche. Achtet darauf, dass ihr nicht hier in diese große Masche hier einstecht, sondern euch das Ganze etwas so hält. Und hier diese seitliche Masche, man kann es ein bisschen schlecht hier erkennen, dass ihr hier quasi hier dazwischen einstecht, ja. Ihr könnt das natürlich auch in dieser großen Masche einstechen. Aber dann wird das Ergebnis nachher nicht so schön, dann sieht es sehr verdreht aus. Aber das geht natürlich auch, ja. Ich mache das jetzt hier und ziehe mir hier eine Kettmasche. So. Und schon haben wir den ersten, ja, Bommel. Noch mal Bommel dazu. Fertig halt. Und es folgen dann wieder fünf Luftmaschen. Fünf. So. Und jetzt überspringen wir hier unten an unseren Luftmaschenbögen zwei Stück. Also, wir setzen jetzt ein festes Stäbchen. Nein, nicht Stäbchen. Feste Masche. Sorry. So. Eins, zwei. Also in den dritten Luftmaschenbogen eine feste Masche. Yes. Eine feste Masche setzen. Okay. Und so wiederholen wir das jetzt komplett bis zum runden Ende. So. Also ich mache es euch jetzt noch einmal vor. Es geht dann wieder weiter mit fünf Luftmaschen. Fünf. Finger an die fünfte Masche halten. Zwei Luftmaschen häkeln. Einmal rum. Ich mache es jetzt mal ein bisschen langsamer. So. Einmal um die Nadel wickeln. Hier in die fünfte Masche. Masche der Luftmaschenkette einstechen. Den Faden ziehen. Und nur einmal hier durch zwei Schlaufen abmaschen. So. Die letzte Schlaufe, die sammeln wir quasi hier auf der Nadel. Das Ganze machen wir dreimal. Das war das erste Mal. Das war das erste Mal. Das zweite Mal. Und das dritte Mal. So. Dann ziehen wir die Nadel komplett, die Schlaufe hier durch. Es folgen drei Luftmaschen. Und hier in diese erste Masche folgt jetzt genau das gleiche wie hier. Also wieder einfach so um die Nadel legen. Hier rein. Einmal. Zweimal. So. Und das dritte Mal. Wir maschen das Ganze zusammen ab. Und machen uns eine Luftmasche. Sieht jetzt aus wie eine Schleife. Das klappen wir uns so zusammen. So. Und stechen nicht hier, sondern hier so dazwischen. Könnt ihr einfach mit der Nadel so rein. Das klappt ganz gut. So. Und eine Kettmasche setzen. Es folgen wieder fünf Luftmaschen. So. Fünf Luftmaschen häkeln. Und hier unten wieder zwei Luftmaschenbögen überspringen. In die dritte hinein. Und das ist mein Hund im Hintergrund. Der Hund. Ja. Der war. Mal wieder. So. Also in die dritte. In den dritten Luftmaschenbogen hinein. Und eine feste Masche setzen. Ja. So. Und so macht ihr das. Komplett hier einmal rundherum. Ich mache das jetzt weiter. Und dann sehen wir uns gleich. So. Ich habe das jetzt mal weiter gemacht. Wenn ihr dann hinten angekommen seid. Könnt ihr jetzt hier. Ich überspringe jetzt das hier. Gehe hier so rein. Und setze mir jetzt gerade eine Kettmasche. So. Den Faden dann abschneiden. Und einfach durchziehen. So. Der runden Markierungsfaden. Den kann man dann auch raus machen. So. Drehen wir das Ganze mal um. Wir haben hier dieser Anfangsfaden. Den haben wir ein Stück mit eingehäkelt. Den können wir uns einfach abschneiden. Und hier unser, ja. Letzter Arbeitsfaden hier. Den vernähen wir uns jetzt noch. So. Das reicht, wenn ihr das ein paar Mal hier hinten so durch die Maschen zieht. Dann schneiden wir den noch ab. So. Der ist jetzt schon soweit auch fertig. Wenn ihr jetzt nur die Version mit einem Strohhalm machen wollt. Ich habe mal hier ein Glas. Das ist ein bisschen eng alles. Hier zu filmen. Und ihr holt das. Und haltet das einfach so drüber. Habt ihr das jetzt gesehen. Und stülpt das einmal so ein bisschen runter. So. Und dann, ja. Habt ihr hier schon mal perfekt. Die Abdeckung. Jetzt für halt den Strohhalm. Aber ich zeige euch jetzt noch, wie wir halt diese Kugel hier häkeln. Und das könnt ihr natürlich ganz machen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt hier noch so ein paar Perlen dran gemacht. Wir brauchen auf jeden Fall, also auf jeden Fall, Entschuldigung, einen Knopf in der Größe. Moment. Ich habe jetzt hier, der ist anderthalb Zentimeter, also 1,5. Und dass der gerade hier durchpasst. Ja, der darf nicht so klein sein, dass es natürlich direkt rausfällt. Sondern, dass der gerade so hier durchpasst. Hier könnt ihr, ja, ganz egal, irgendwelche alte Knöpfe benutzen. Ich habe auch so eine Riesenschachtel. Ja, ganz, mit ganz verschiedenen Durcheinander. Meine Oma noch gesammelt hat. Ganz viele Knöpfe. Und da kann man sowas prima benutzen dafür. Ja, wir häkeln jetzt die Kugeln. Und hier oben, das könnt ihr natürlich ganz gestalten, wie ihr wollt. Ich habe jetzt hier einmal so mit drei Perlen. Also geht immer kleiner, die Perle, so zu. Und hier habe ich noch einen. Ja, der ist für meine Freundin. Die ist Totenkopf-Fan. Da habe ich hier so eine silberne Perle im Totenkopf-Look hier dran gemacht. Finde ich auch ganz cool. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, das Ganze noch, ja, aufzuhübschen außenrum. Hier habe ich diesen Hotfix-Applikator benutzt. Die Links mache ich euch alle mal unten in die Infobox. Da könnt ihr euch die Sachen mal angucken. Das ist auf jeden Fall so ein Applikator, der wird heiß. Und da kann man hier diese Glitzersteine anbringen. Und dann halten die auch. Da schmilzt der Kleber hinter diesen Glitzerstein. Und man kann dann wirklich super Sachen damit aufwerten. So finde ich ganz persönlich ganz toll. Ihr habt natürlich auch noch die Möglichkeit, mit dem, ja, Perlen-Pen den Namen drauf zu schreiben. Finde ich jetzt auch sehr toll, wenn ihr jetzt zum Beispiel Besuch habt. Und jeder bekommt so sein Glas mit seinem eigenen Namen und kann das nachher als Gastgeschenk mit nach Hause nehmen. Finde ich total stark. Ja, hier seht ihr schon diesen Knopf. Das ist eine kleine Blume. Diese Anleitung mache ich euch aber separat ein Video dazu. Ja, da häkeln wir so einen Blumenkopf. Das sieht auch toll aus. So, wenn ihr wollt, in dem nächsten Video, wo kommt, häkeln wir einen Blumenkopf. Heute machen wir mal die Kugel. So, also wie gesagt, ich habe ja eben erzählt, dass ich den jetzt in orange hier mache. Ich hole mir mal meine Häkelnadel. Die Häkelnadel bleibt mit zwei Millimeter. Wir machen uns einen Fadenring und häkeln in diesen Fadenring sechs feste Maschen hinein. Anschließend ziehen wir uns den Fadenring zu. Und es geht jetzt weiter, indem wir hier jede Masche wieder verdoppeln. So, wir kommen dann auf eine Maschenanzahl in dieser Runde von zwölf. So, wenn ihr das dann geschafft habt, holt ihr euch einen runden Markierungsfaden wieder. So, klappt den ein und ihr häkelt jetzt eine feste Masche und eine Verdopplung. So, und das wiederholen wir komplett bis zum runden Ende. So, und nach dieser Runde hier, also jetzt, was jetzt kommt, folgen jetzt insgesamt drei Runden je eine feste Masche. Also ihr häkelt überall nur eine feste Masche hinein. Und das Ganze machen wir jetzt drei Runden. Ich mache die schnell und dann sehen wir uns gleich. So, die dritte Runde ist jetzt gehäkelt. Diesen Anfangsfaden hier, den könnt ihr euch so drehen und einfach so in das Innere reinstopfen. Es geht jetzt weiter mit einer festen Masche und einer Abnahme. So, hierzu stechen wir ein, holen uns den Faden, halten den mit dem Finger kurz fest, gehen in die nächste Masche, holen uns den Faden. Wir haben dann drei Schlaufen hier auf der Nadel und die maschen wir zusammen ab. So, eine Abnahme. Es folgt wieder eine feste Masche und nochmal eine Abnahme. So, und das wiederholen wir komplett bis zum runden Ende. Also eine feste Masche und eine Abnahme häkeln. Immer wiederholend. So, ihr habt diese Runde beendet. Könnt ihr jetzt den Maschenrunden Markierungsfaden rausziehen. Und wir ziehen uns jetzt die Arbeitsschlaufe etwas länger. Wir nehmen uns das rum und halten uns das fest. Und jetzt stopfen wir das Ganze ein bisschen mit Füllwatte aus. So, ihr könnt natürlich für so eine kleine Kugel auch prima so kleine Wollreste und Schnipsel verwenden. Das funktioniert auch. So, wenn ihr das dann gefüllt habt, zieht ihr euch den Faden wieder ein bisschen kürzer, geht mit der Häkelnadel rein. Und es folgen jetzt insgesamt sechs Abnahmen. Also da könnt ihr einfach mitzählen, immer zwei Maschen zusammen abhäkeln. Das Ganze sechsmal. So, wir beenden das Ganze mit einer Kettmasche. So, dann schneiden wir uns den Faden ab. Lasst ruhig ein, ja, so langes Stück ungefähr, dass ihr den Faden noch vernähen könnt. So, den fädeln wir uns jetzt in die Nadel ein. Und wir schließen jetzt hier diese Öffnung, indem wir immer hier komplett durch diese ganzen Maschen mit der Nadel so durch das vordere Maschenglied hindurchstechen. So, dann ziehen wir an diesem Arbeitsfaden und dann schließt sich auch schon die Öffnung. Dann noch einmal mit der Nadel so in die Mitte einstechen und einfach irgendwo könnt ihr da rauskommen. So, so, Faden dann abschneiden. So, wie gesagt, also ihr könnt jetzt da ganz viele verschiedene Perlen benutzen. So, mal hier die. Ja, auch ganz schön. So, also da könnt ihr verschiedene Größen und sowas dran machen. Und ich versuche das jetzt mal mit Pink und Gelb. Das ist interessant. So, und so was Kleineres oben für den Abschluss. So, ich zeige euch das kurz, wie ich das mache. Also, Moment, ich suche mir noch schnell einen Knopf. Ich komme gleich, bin wieder zurück. Also ich bin los für einen Knopf und habe eine schönere Perle gefunden. Das ist auch schön. Also, ja, also wir brauchen einen Knopf, verschiedene Perlengrößen, ganz wie ihr wollt natürlich. Ihr könnt hier auch irgendwelche Anhänger dran machen. Das sieht auch ganz toll aus. Oder wie ich euch eben gezeigt habe, diesen, diese Totenkopf. Jetzt passt die Nadel, glaube ich, gar nicht hier rein. Das gucken wir gleich mal. So, also wie gesagt, ihr könnt auch so Totenkopf, Perlen und sowas. Gibt es ja ganz tolle Sachen. Ich habe da auch schon einiges angesammelt. Naja, so, wir stechen jetzt ein. Wir schauen, dass die schöne Seite hier oben, wo wir angefangen haben, nach oben zeigt. Und gehen hier unten erst mal so mit der Nadel hier durch rein, dass wir hier oben an diesem Fadenring halt rauskommen. So, da ziehen wir uns erst mal den Faden. Da holen wir uns die Perle. Ich fange jetzt hier an, dass ich immer die dickste nach unten setze halt. So, da holen wir die. Diese. Und hier. Ja, die kriege ich jetzt so nicht drüber. Das war klar. Moment. Und halt eine kleinere. Zum Abschluss. Muss ich mal kurz probieren hier. Jetzt habe ich sie. Und dann ziehen wir uns halt noch eine kleine hier drüber. So, also ich habe hier auch ganz verschiedene, ja, also, ja, ich habe wirklich sehr viele Perlen. Die Lochgröße und sowas, das weiß ich jetzt gar nicht, ne. Schaut einfach, dass es halt durchgeht, ne. Oder so, ich könnte ja alles Mögliche verwenden, was ihr so zu Hause habt. Wenn wir hier diese kleine zum Abschluss drauf haben, die ignorieren wir jetzt und stechen direkt hier in die Nächsten ein. So, hier in die Nächsten. Gehen hier einmal durch unsere gehäkelte Kugel durch. Und kommen hier unten raus. So, und wenn wir jetzt da dran ziehen. So, seht ihr? Und dann geht hier oben diese kleine Perle so nach oben. Und da habe ich noch einen Faden drin. Heute läuft alles schief hier. So, also wir ziehen dann hier an unserem Faden halt, an beiden. Und da könnt ihr unten euch mal einen Doppelknoten setzen, dass das Ganze mit diesen Perlen auch schön hält. So, da gehe ich jetzt einmal noch ein, dass ich einmal so durchsteche. Und mir jetzt den Knopf holen. Also das ist jetzt hier auch sowas. Das ist egal, ob das jetzt so ist oder so. Völlig egal. Es muss nur ein Knopf sein, der halt durch diese Abdeckung, durch das Loch durchpasst. So, da könnt ihr wirklich alles Mögliche benutzen. So, und dann nähen wir uns den hier ein paar Mal fest, dass das auch alles gut hält. Ja, wir wollen ja nicht den Knopf im Glas liegen haben. So, ich denke, das reicht. Und auch das verknote ich mir hier wieder mit einem Doppelknoten. So, und dann vernähen wir uns anschließend hier diese Fäden. So, und schneiden uns den Rest hier ab. So, und fertig ist auch jetzt schon einer von vielen, ja, Stopfen halt. Ich habe jetzt hier das Blau. Ich denke, das sieht auch ganz schön aus, wenn wir das hier dran machen. Ja, also ihr könnt das wirklich wechseln und, ja, kombinieren. Ich finde das so genial. Ich habe schon ganz viele gemacht. Also in verschiedenen, ich wollte ja den Orangen hier drauf mal machen. Also ich habe es wirklich schon in ganz vielen Farben gemacht. Es macht wirklich, ja, total Spaß. Also ich finde es total klasse. Und, ja, probieren wir mal aus. Also einfach aufs Glas drauf, hier an den Seiten ein bisschen nach unten drücken. Und ihr habt ein super cooles, ja, super cooler Blickfang auf eurem Tisch. Verschönert es noch mit Glitzersteinen oder Namen. Und, wie gesagt, die Anleitung für diese Blume machen wir im nächsten Video. Ja, und wie gesagt, also es ist so cool. Ihr könnt das immer tauschen und wechseln. Ob jetzt jemand einen Strohhalm halt einen Cocktail trinken will oder so. Und im Sommer fliegt euch hier nichts mehr ins Glas rein. Genial. So, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir heute. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss.